Oder was auch immer. Ratsch, jetzt muss er sich verzweifelt, hier läuft alles zu dir. Ich fahr, ich fahr. Ach komm ey, runterlenken brauchst gar nicht mehr, denn ist vorbei. NEIN! Das erinnert mich so ein bisschen an Mr. NG, wie hieß denn das nochmal? Ja, auf dem Golfplatz, ne? Halo, wie hieß denn der genau? Hypnotize. Ach ja, genau Hypnotize. Mr. Nice Guy. Ich war zwei Container davor. Dave zockte später nochmal Rocket League. Keine Ahnung. Kann schon vorkommen. Ich bin mit. Ich hab morgen frei, ich kann heute länger machen. Jaya wär dabei. Alle regen mich. Alles klar. Alle Zuschauer, alle zwölf die gerade dabei sind, alle gegen dich. Müsst mal gehen. Ich versuch. Man könnte es ja machen. Man könnte es ja machen. Man könnte es mit sieben gegen einen machen. Kann man sieben gegen einen? Echt? Natürlich. Mach 4,4 und stellt 3,5 an der Seite. Okay. Ja. Stimmt. Haben auch noch nie gemacht, ne? Ne. Was denn? Alle. Alle den Thomas. Ach, jetzt komm ich noch nicht mehr an die Wohler. Yay. Aber oben zieht sich der ganz schön, wenn du nach oben kommst. Ja. Nein, Mann ey. Ich bin einfach nicht mehr übt genug für so eine Dinger, ey. Ach, hat stehen. Ah, halbe Minute noch. Wir haben es geschafft. Überstanden. Ach, geschafft nicht, aber. Überstanden. 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 Ach, Mann. Wie kann das denn so schwer sein? Ist es aber. Ach, Andy, tolles Bild, was du gestern noch geschickt hast. Vor allem auch, wenn es jetzt einer schafft, der muss es auch ein zweites Mal schaffen. Ja. Was kann ich bitte schon mal schicken? Zwei Runden, Mann? Die Mann stimmt. Ach so. Zwei Runden geschafft, Mann. Ich hab glaube ich einen ganz tollen Tod. Ne, eine haben keine Ahnung. Ich muss aber noch eine. Tschüss, Kass, geh. Ich werde bei einem Hausarzt scheuen, es gab mir Putin überfahren. Cool. Ich spawne jetzt eh wieder öffentlich, das dauert jetzt wieder Ewigkeiten leider. Das wird, glaube ich, von Angelina Jolie vergewaltigt. Ich hab noch gar nicht nachgeguckt, was bei mir da ist. Angelina Jolie vergewaltigt, das ist auch ein schöner Tod. Rape was a god? Gibt Schlimmeres. Lebt die noch? Angelina Jolie? Ja, die lebt noch. Nein, die ist voll gestorben, weil sie tot verweist wird. Perfekt. Sogar noch mal in meinem Schlafzimmer. Perfekt. Also. Dann der Tod wird Rapids bei Angelina Jolie. Ach, ich höre jetzt auch auf. Ja, ne. Wunder, weiß ich nicht. Der Mobot hat bei sich stehen. Warning. Ignored Follow from SPVG 2 zu 2. Ignoriertes Follow. Hä? Warum? Also. Also Dave wird auf jeden Fall schon mal gegessen. Ich hab gegessen? Sehr schön. Ja. Ich bin, da ich deinen Nachnamen nicht weiß, dass du dich auch von wem. Wenn du mir den Anpassbruchstamm verrätst, dann kann ich dir weiterhelfen. K. Die Grunde? Barack Obama. Nein! Mann! Was? Ich hab's fast geschafft. Du hast gegessen von Barack Obama. Ich werd von Barack Obama gefressen. Und jetzt noch. Jetzt noch dein Monat. In dem du. First Drive. April. 4. Wreck mich doch am Arsch. Alter. Jetzt schaffst du es. Im Weißen Haus. Im Weißen Haus von Barack Obama gefressen. Passt du perfekt. Barack Obama. Barack Obama. Barack Obama. Alter, was bei mir steht, ey. Alter Vater. Hübschen. Na, Paule. Badermeister. Hallo, Paul. Hi, Borschen. Meck mich doch. Ich hab's geschafft, Dave. Echt, zwei Runden? Sehr gut. Nein. Der lügt. So. So. Ich starte jetzt die andere, wenn ich wusste, wie die hieß. Ne. Ich finde, ich will jetzt schon finden, wenn ich, ähm, sehe, wie die Rennen heißen. Was da drin ist? Ja. Hier ist es. Alles klar. So. Ich komm wieder. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Wie ich verarschne. Jetzt schaffe ich die Scheiße. Hahaha. Ist doch meistens so. Na ja. Oh, ich hab ja noch keine Probleme. Oh, das hatten wir da vorne schon. Oh, das ist doch blöde. Das blöde, dass man markierte Spielelisten nicht nochmal bearbeiten kann. Ist der immer durchmischt irgendwie? Wie durchmischt? Ach nee, die hast du ja so runtergeladen, ja. Die markiert nur, ja. Dann kannst du ja nichts mehr machen. Na egal. Ich hatte jetzt gedacht, du hast sie dir so zusammengestellt, aber. Ne, leider nicht. Die hab ich gestern runtergeladen, die waren ganz cool eigentlich. Deswegen hab ich gedacht, spielen wir die jetzt, weil wir die andere ja nicht mehr zu Ende spielen können. Na, die waren alle machbar. Das ist eine Achterliste, sollten wir nochmal schaffen. Toll, jetzt hab ich nie beendet. Also wir können jetzt weiterspielen, ich bin jetzt in der Lobby, ne. Alles klar, ich hab euch schon mal allein geladen wieder. Ah, ich muss einmal raus. Aha. Auch da, leider schon da. Mhm. Krasse Scheiße. Das geht rocki zucki. Ja, ja. Vorflogen. Ey, ich bin sicher, wenn du spätst. Juhu. Ich hab den Stream in der Null gestorben. Oh, ne. Oh, ne. Oh, ne. Oh. Oh, ne. Oh. Oh, ne. Oh, ne. Oh, ne. Kriegst du jedes Bit einzeln drüber? Ich hab ein FPS. Jetzt ruf ich mal wie aktuell ich bin. Gave mach mal irgendwas, was auffällt. Was auffällt, was auffällt, was auffällt. Ja. Okay. Okay. Ja, ich ruf, wie lang sauer bist, dass auffälliger da ist. Jetzt schon mal 10 Sekunden. Jetzt musst du grad irgendwas. Ah, okay, es fällt auf. 2 Sekunden. Ich bin aktuell. Oh, das geht ja. Das ist ja okay. Aerotog Gaming! Buh, moin! Aerotog, komm mitspielen hier! Der lebt noch. Ja, der war gestern auch schon kurz da. Gestern Vormittag. Oder nee, Vormittag, Nachmittag. Ich weiß gar nicht mehr. Vormittag. Ich weiß nicht mehr. Irgendwann war er gestern da. Also Paul spielt damit. Geil! Ich lade immer. Jetzt fehlt ja eigentlich von uns jetzt noch ragel, ne? Ja. Ich muss noch beidräumen. Warum unheimlich sind wir nicht in einer öffentlichen Lobby? Ja. Und hat in einer, eine Dissung start das Rennen. Weil sie eben schon mal gefahren hat. Ja, das hat man schon. Aber ich kann die Spielliste halt nicht bearbeiten, weil die runtergeladen ist, ne? Dann fahren wir sie halt jetzt mal komplett anders. Dann fahren wir sie jetzt. Oh, ich kann das Auto, die Fahrzeugklasse nicht ändern. Schade. Dann fahren wir sie jetzt bei Nacht und Regen. Explosionen zu fahren. Und Verkehr an. Und Fahrnungslevel an. Und Ego-Perspektive. Ja. Und letzten Platz eliminieren in 60 Sekunden. Nicht Ego-Perspektive, Alter. Hör auf. Wir werden sterben. Wir werden sterben. Wir werden sterben. Weil wir es schon hatten. Das kenn ich gar nicht. Letzten Platz eliminieren in 60 Sekunden. Alle 60 Sekunden stirbt der letzte Platz. Explodiert einfach. Und das Rennen ist viel vorbei. Dave, hast du vermult. Achso, vom Multi. Ja, das Video besser so. Ja, ja. Das eine im Video. Ah, das ist schon lange her, ne? Ja. Wo ich an dem vorbeigefahren bin. Ja. Und in der letzten Sekunde, das darf man nicht machen. Ja. Das mit 60 Sekunden darf man nicht mit Multi spielen. Nee. Der überholt dann in allerletzten Millisekunde noch. Eratok sagt, spielt ihr. Haha, ich schau nur nebenbei streamen. Alles klar, Eratok. Dann viel Spaß dabei. Das ist haha. Das ist haha. Immer Kontakt anmachen. Kontakt rennen. Punkt zu Punkt einfach. Echt? Was? Alles klar. Kein Kontakt. Aber einfach mal Punkt zu Punkt. Gut mal. Ja, kein Kontakt Punkt zu Punkt. Wer ist da bitte? Sein. Und auch noch. So, wo bleibt Herr Ragel jetzt? Da. Da kommt er doch. Jetzt zieht zu. Moment. Nee, nicht im Moment. Wir warten die ganze Zeit. Ich hab keine Ahnung. Ja, ich hab grad schon neue rausgesendet. Ja. Guck mal, der ist schon da. Bist du schon wie der letzte Ragel? Womöglich. Mann, 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 Mann. Wir haben jetzt ein Rennen, was wir schon hatten, Ragel, aber wir spielen es jetzt komplett anders. Das ist falsch rum. Komplett. Rückwärtsgang. Rückwärts. Du musst rückwärts fahren. Der wär auch mal was, ne? Bei irgendein Perspektive bleib ich gleich stehen. Bleib ich gleich stehen. Ach, Torben. Ja, ich mag die auch. Der stimmt nicht mehr länger. Wieso? Ach ja, Spare. Tritt bei. Gut. Jetzt kannst du was geben. Und. Nein. Go. Oh, jetzt kommt noch eine. Franz Thuma oder sowas. Thuma, Franz. Und. Gute Einstellung, Torben, sagt Eratok. Mhm. Dankeschön. Ich hab eine gute Besserung gelesen. So. Jetzt aber. Tja, Andi, nicht jeder kann lesen, ne? Ja. Letzten Platz in der Linie ist doch toll. Will ich dich nicht ab? Lernen. Schreiben. Genau. Man müsste immer nach... Ja, bleib aufstehen. Ja, bleib aufstehen. Da ist mir gar keiner mehr. Versuchen wir alle mal am weitesten weg zu sein vom Ziel. Ja. Alle fallen gleich rückwärts. Bau chillert, Torben. Ich muss nur die Liste noch mitzuhören. Nachdem lange es dauert. Ähm. Total cool. Du sterbe? Sehr schön. Ah ja, ich kann da... Alter, ich steh direkt vorm Baum. Toll. Geil, ich steh hier irgendwie. Ja. Ich will was bei mir abgeht. Ich bin im Container. Ähm. Born? Ähm. Ah, gut. Born. Ah, gut. Ah, Gott, die Mimmel! Toll, wenn du im Container forst und wenn du schaffst wegfassst. Und ich war auch im Container drin. Ich sehe überhaupt nix. Ich freak und es kommt back with boys. Es gibt nix genere. Äh. Doch. Doch. Doch, du kannst bei der Lande... Alter, ich bin im Baum gelandet. Wozu fuck? Ich... 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 Oh, ich explodiere gleich. Eier. 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 Wahnsinn! Schönes Ambient. Ah! Oh Gott. Ich rote immer mehr. Ach ja, toll. Warum bin ich richtig gefreut? Ach, halt nicht. Ich hab gerade eine ganz blöde Kamera-Perspektive. Ego? Nee, Moment halt nicht. Äh, äh, äh. Geht's mir jetzt lang? Ah, nein! Ich hab Licht! Nein! Ah, da war schon wieder die scheiß Ecke. Ah, nein! Ah, nein! Ah, da war schon wieder die scheiß Ecke. Fahrt, wo geht's denn lang? Hallo? Immer, immer den Pfeilen nach. Jetzt. Du Komiker. Das war verkehrt. Ich bin von der Rampe verkehrt runtergefahren. Was ist das eigentlich für ein... Nett gemacht. Oh, komm. Jetzt Kontakt machen wir es. Ah! Zink! Und Licht. Ich fange! Dass der Typ dabei noch den Überblick erhalten hat. Dass ich auch hart nur den Überblick behalte. Wer ist denn schon explodiert eigentlich? Ich. Ah, okay. Ah, mit Absicht, ne? Weil du stehengeblieben bist du. Nein! Ich bin bei der Landung explodiert und dann war ich letzter. Nooo! Super! Gut gemacht heute. Ah, du bist schon verloren. Du bist in die VK. Ist das explodiert? Oh! 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 Und dann haben wir... Ach, bei Rocklikas auch nicht, ne? Da ging es. Also, Manu... Nö! Ich würde dich nicht über Grund jetzt sehen, aber... Du hast noch 40 Sekunden Zeit. Äh, in drei Sekunden ist das rein zu Ende. Ja, man! Aber ich war ja mal ein Siebler. Kinder hier. Wir kommen über Sprache. So, dass wir über Guru�� карт Beaure. Erstens imm Mark mal. Update. Vielen Dank.